Wieder Malaufgaben. So, na dann fang mal an. Hier ist das Antwortblatt. 2 mal 10 sind 20. Ja. Ist richtig. 56 ist richtig. 42 ist richtig. 2 ist richtig. 21 ist richtig. Ja. 12 ist richtig. 6 ist richtig. 7 ist richtig. 4 ist richtig. 10 ist richtig. Oder? Ja, 7 ist richtig. 24 ist richtig. 8 ist richtig. 9 ist richtig. 7 ist richtig. 36 ist richtig. Jetzt gehen wir auf diese Seite. 14 ist richtig. Da hast du eine 4 vergessen. Ach so. Da hast du nur eine 1 geschrieben. Na ja, ich lasse es trotzdem gelten. Ist nicht so schlimm. Da hast du die 4 vergessen. Du wusstest, was hinkommt. 63 ist richtig. Richtig. 48. Ich sag richtig. 16. Richtig. 6. Richtig. Nächste Aufgabe. 28. Richtig. 18. Richtig. Richtig. 10. Richtig. 20. Richtig. Richtig. Mensch, das ist ja super hier. Das geht ja super. Die habe ich heute mal durcheinander ausgedruckt. 1. Richtig. 8. Richtig. 40. Richtig. 81. Richtig. 15. Richtig. Ey, du wirst Mathe-Meister. 18. Richtig. 6. Richtig. 36. Richtig. 24. Richtig. Richtig. 18. Richtig. 54. Richtig. 12. Richtig. 8. Richtig. 28. Richtig. Hey. 49. Richtig. 80, 30, 8, 64, 56, 60, 12, 32, 70, 2, 35, 9, 5, 20, 27, 21, 27, 24, 54, 63, hey, das ist eine 1, toll, hast du das toll gemacht, überleg dir mal, du wolltest erst die Aufgaben nicht machen, das waren die alle zu viel, aber die hast du geschafft, weil du denkst immer, du wirst unter Druck gesetzt, bei mir wirst du aber nicht unter Druck gesetzt, hast du toll gemacht.